Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon im heutigen Titel gesehen habt, geht es heute mal um eine Charakterisierung. Im Speziellen gucken wir uns heute mal an, wie man eine literarische Figur charakterisiert. Falls euch für das heutige Video interessiert, würde ich mich darüber sehr freuen, wenn du einfach bis zum Ende dranbleiben würdest und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Kommen wir erstmal zu der Frage, was ist denn überhaupt eine grundsätzliche Charakterisierung? Denn das müssen wir uns erst mal angucken, bevor wir dann explizit auf eine literarische Figur eingehen. Und zwar ist eine Charakterisierung nichts anderes als eine Zusammenschau aller zentraler Charaktereigenschaften. Das bedeutet zum Beispiel Eigenarten einer Figur, die in Form eines sachlichen Textes wiedergegeben werden. Ihr guckt dann zum Beispiel einfach in eure Lektüre und dort sucht ihr dann zum Beispiel Textstellen, die dann eben speziell auf euren Charakter bzw. auf eure Person, die ihr eben charakterisieren sollt, näher eingehen. Also besser beschreiben im Endeffekt. Das müsst ihr dann natürlich durch Textbeläge stützen bzw. auch belegen, damit ihr nicht nur irgendwas sagt zum Beispiel, dass die Person so und so ist, sondern dass ihr es auch wirklich belegen könnt und das Ganze dann eben zum Beispiel anhand von Textbelägen oder auch anhand von Zitaten ganz einfach stützen könnt. Des Weiteren ist eine Charakterisierung in Einleitung, Hauptteil und Schluss gegliedert. Kommen wir als erstes natürlich zu der Einleitung. Und zwar hier ist wichtig, dass ihr erstmal den Titel nennt. Also ihr habt hier so eine Art Einleitungssatz, wo ihr dann erstmal auf die grundliegenden Eigenarten oder auf die grundliegenden Fakten der Lektüre, die ihr euch ausgewählt habt bzw. natürlich die euch der Lehrer gegeben hat, eingeht und dann erstmal die Fakten nennt. Also sowas wie zum Beispiel Titel, Autor, Textsorte, Erscheinungsjahr, Thema. Und dann natürlich noch die Figuren des Stückes, vor allen Dingen auch hier schon mal so ein bisschen anteasern, dass ihr euch gleich mit eurer Figur beschäftigt. Hier, falls ihr noch nicht wisst, wie man so einen Einleitungssatz schreibt, dann könnt ihr einfach mal gerne auf meinem Kanal vorbeigucken. Da habe ich schon mal ein ganzes Video darüber gemacht, wie man am besten einen Einleitungssatz schreibt und den kann man eigentlich auch schon vor der Klausur sich mal aufschreiben, ein bisschen auswendig lernen oder müsst ihr eigentlich gar nicht mehr überlegen und könnt direkt anfangen. Kommen wir dann zum Hauptteil. Und dort geht ihr eben erstmal auf die Hauptfigur, die Nebenfigur und die Kontrastfigur ein. Hier bildet ihr so eine Art Kontrast zu den anderen Figuren. Also guckt euch an, was natürlich eine Hauptfigur ist, wisst ihr wahrscheinlich. Hauptfigur einfach diese Person, die am meisten im Stück an Anteilen zum Beispiel hat, die am meisten redet, die am meisten thematisiert wird im Generellen und versucht dann die im Kontrast zu den anderen Figuren eben zu setzen. Hier auch die Kontrastfigur soll eben auch dann so ein bisschen zeigen, das ist so ein bisschen der Gegenspieler von der Hauptfigur bzw. der Nebenfigur. Danach geht ihr auf die äußere Erscheinung ein. Also ihr habt ja dann eine Person bekommen, die dann in der Lektüre eine Rolle spielt und dort geht ihr dann eben auf die äußere Erscheinung ein, also ganz normale Fakten wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, Aussehen. Dazu könnt ihr dann sowas schreiben wie Körperbau und natürlich Kleidung, also ob jemand eher elegant gekleidet ist, also mit tollen Klamotten oder zum Beispiel auch eher arm ist. Das sagt ja auch schon was über eine Person aus. Dann könnt ihr die soziale Stellung näher erläutern, also sowas wie zum Beispiel den Beruf, den bisherigen Lebenslauf, Herkunft, Familie, also da schon mal alles mit reinringen, was wisst ihr denn, was hat diese Figur in der Vergangenheit gemacht, was hat sie zum Beispiel mit ihrer Familie bzw. welche Beziehungen hat sie zu ihrer Familie und dann natürlich noch die Herkunft, also woher kommt sie, ist sie zum Beispiel in einem anderen Land geboren, ist sie zum Beispiel ausgewandert, sowas kann auch immer ganz hilfreich für eine Charakterisierung sein. Dann könnt ihr natürlich noch auf dieses äußere Verhalten eingehen, also sowas wie zum Beispiel typische Verhaltensmerkmale. Das können zum Beispiel Gestik, Mimik oder auch Charaktereigenschaften sein. Also ist jetzt jemand eher freundlich gegenüber anderen Menschen, ist jemand eher zurückhaltend, ignorant, sowas können alles Charaktereigenschaften sein, die ihr hier nennen könnt. Dann ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall auch noch, dass ihr auf die Sprache eingeht. Also wie spricht denn überhaupt eure Figur? Da könnt ihr sowas wie Gesprächsthemen mit einbringen, Anteile am Gespräch, Satzmuster, Wortschatz, also benutzt jemand eher wenige Wörter und versucht die Sätze eher kurz zu halten oder benutzt jemand zum Beispiel viele Nebensätze, Schachtelsätze und versucht sein Gespräch durch viele Adjektive zu stützen. Das ist immer so eine Art zu zeigen, wie ist denn eine Figur auch vom Charakter her und deswegen ist es wichtig, dass ihr das Ganze auch analysiert. Falls ihr nicht wisst, wie man so eine Sprache analysiert, dazu habe ich bereits auch ein eigenes Video gemacht, aber ich denke mal, wenn ihr jetzt schon eine Charakterisierung zu einer literarischen Figur schreibt, dann habt ihr sowas auf jeden Fall schon mal gemacht, also ganz normal die Sprache analysiert. Dann das psychische Verhalten, also Interessen, Gefühle, typische Einstellungen, Weltbild zum Beispiel, das sind alles ganz normale Eigenschaften, die ihr dann eben auch noch charakterisieren könnt. Dann die gesellschaftliche Bedingtheit von Verhalten. Also da guckt ihr euch einfach an, wie verhält sich denn eure Person gegenüber der Gesellschaft beziehungsweise auch dem gesellschaftlichen Verhalten. Ist es eher angepasst an die Gesellschaft oder ist es eher nicht angepasst an die Gesellschaft, also grenzt es sich eher ab. Das sind ebenfalls Punkte, die ihr damit einbringen könnt. Ebenso könnt ihr einbringen, die Wirkung des Verhaltens auf die Umwelt, also wie geht die Umwelt mit dem Verhalten eurer Person um oder zum Beispiel emotionale soziale Bindungen oder Beziehungen zu anderen Figuren. Das ist dann wiederum eine Bedeutung. Dort geht ihr dann eben auch nochmal auf die Bedeutung dieser Beziehung ein und natürlich auch auf die Entwicklung der Beziehung, zum Beispiel über das Buch verteilt oder über das Buch von Anfang bis Ende. Wie entwickelt sich denn die Beziehung zwischen der Person und zum Beispiel eurer Figur. So, jetzt kommen wir zu wichtigen Punkten, die ihr euch auf jeden Fall merken sollt. Benutzt immer Textbelege. Also zitiert eventuell, wenn es eben der Kontext so gibt, dann zitiert das Ganze einfach, deutet das und dann habt ihr dann raus eine Schlussfolgerung. Also gebt zum Beispiel eine Textstelle wieder, dann könnt ihr das Ganze deuten. Was denkt ihr, was folgt daraus? Und dann schreibt das Ganze eben nochmal eine Schlussfolgerung auf. So habt ihr dann schon mal zum Beispiel eine Charaktereigenschaft analysiert. Dann gewichtet auf jeden Fall die Eigenschaften. Also sagt, was macht die Figur auf jeden Fall am meisten aus und was macht sie eher weniger aus. Da könnt ihr so eine Art Gewichtung mit reinbringen. Dann formuliert auf jeden Fall mit eigenen Worten. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur abschreiben, sondern auch eben eine eigene Formulierung mit reinbringen. Natürlich eine Struktur haben. Nicht vom einen Punkt zum anderen Punkt springen, sondern geht wirklich Punkt zu Punkt ab. Zum Beispiel chronologisch, aber ihr könnt natürlich auch nach Themen gehen. Und benutzt auf jeden Fall Präsens. Also wirklich nur Präsens benutzen, kein Präteritum. Einfach Präsens stur durch benutzen. Dann gehen wir noch auf die Arten der Charakterisierung ein. Und hier haben wir einmal die unmittelbare Darstellung, zum Beispiel Bühnenanweisungen. Also wenn in der Lektüre jetzt zum Beispiel steht, dass jetzt der Schauspieler in dem Fall, das sind ja meistens dann Dramenvorstellungen, wenn die Person sich zum Beispiel irgendwie verhalten soll, beziehungsweise irgendetwas darstellen soll. Das ist eine unmittelbare Darstellung einer Person. So könnt ihr dann direkt herausfinden, was möchte der Autor denn jetzt genau sagen? Was soll jetzt diese Person an Charakter darstellen? Dann gibt es noch die direkte, explizite Charakterisierung. Also eine explizite Benennung von Eigenschaften. Das kann zum Beispiel durch andere Personen sein, die dann einfach über die Person regen und sie dann so ein bisschen schon charakterisieren, beziehungsweise Eigenschaften von ihr nennen. Dann gibt es noch indirekte, implizite Charakterisierung. Das sind Charakteneigenschaften, die durch Worte, Verhalten oder Gedanken erschließt werden können. Das ist so das, was ihr am häufigsten finden werdet. Also ihr müsst dann so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Da steht jetzt nicht explizit, was jetzt die Person für einen Charakter hat, sondern man muss es eben daraus schließen, wie sie sich verhält oder wie sie zum Beispiel redet. Und dann noch die Selbstcharakterisierung. Das passiert relativ selten. Das wird eben häufig dann durch die eigene Figur zum Beispiel durchgeführt, beziehungsweise die eigene Figur charakterisiert sich halt selbst. Das ist aber immer subjektiv. Deshalb müsst ihr das immer ein bisschen objektiv betrachten und das dann selbst abwägen. Ist das denn jetzt wirklich so richtig, was diese Person über sich selbst sagt? Oder ist das eher eine subjektive Meinung, die man eben dann mit Vorsicht betrachten muss? Und zu guter Letzt noch die Fremdcharakterisierung. Das ist durch andere Personen, die eben ihre Perspektive, Absicht beachten. Und den Erzähler beziehungsweise die Bühnenerweisungen können da ebenfalls nochmal was zu beisteuern. Hier ist aber auch wichtig, dass es ebenfalls subjektiv, dass eben auch durch andere Figuren zu einer Charakterisierung kommen kann, die aufgrund von Missgunst zum Beispiel gesteuert werden oder auch durch irgendwelche Ziele, die diese Person mit dieser Charakterisierung beziehungsweise mit ihrer Aussage treffen möchte. Und genau deswegen muss man das eben auch relativ objektiv betrachten. Und zu guter Letzt kommt dann natürlich noch der Schluss. Und hier fasst ihr im Prinzip die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Das kann zum Beispiel anhand von diesem Satz sein. Den könnt ihr euch auf jeden Fall aufschreiben und könnt den schon mal auswendig lernen. Müsst dann im Prinzip nur noch das eintragen, was ihr davor herausgefunden habt. Und dieser lautet eben, scheint aufgrund der bisherigen Ergebnisse in zum Beispiel der Komödie, des Dramas, da müsst ihr den nach dem einsetzen, was für ein Buch ihr habt, besonders. Und dann setzt ihr da die Charaktereigenschaften ein, zu sein. Das sind einfach eure Schlussfolgerungen, die ihr aus euren Erkenntnissen ziehen könnt. So, das war es dann auch mit dem Video. Falls ich euch geholfen habe, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.